Ihr Lieben, los geht es! Die zweite Folge hier vom Fischer Online bzw. die zweite Folge nach dem Release. Wir starten jetzt hier am Briesener See, das zweite Gewässer, was man bereisen kann ab Level 6. Und wir machen uns mal auf die Socken. Wir haben es gleich 8 Uhr, gehen mal zum Aalangeln. Und wenn wir da angekommen sind, legen wir los. Wir angeln hier auf Aal, weil der Aal wahnsinnig viel XP bringt und auch noch gut Silber bringt. Und es gibt einige News, die wir jetzt gleich im Video durchgehen, die man sonst im Game eigentlich so gar nicht bekommt. Also, da sind wir schon angekommen hier. Wir befinden uns hier ganz unten links auf der Map in diesem Bereich. Hier ist diese kleine Brücke und hier gehen wir jetzt noch eben rüber. Hier in diesem Bereich kann man auch sehr gut angeln. Da stellt man sich hier so hin. Hier vorne geht es rein. Da kann man auch ganz gut angeln. Auch auf Catfish, also auf Wels. Ab und zu auch auf Aal. Funktioniert auch. Tagsüber dann auch auf Giebel, Karauschen und Co. Und wir stellen uns jetzt für die Nacht fürs Aalangeln erstmal hier hin. Das ist die Position 99,62. Und wir präparieren unsere Routen wie folgt. Gehen wir mal kurz ins Inventar. Zu den einzelnen Routen, welche Routen ich mittlerweile benutze, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Erstmal schmeißen wir die Routen raus. Und zwar gehe ich hier relativ groß dran. Haken und Küder erstmal runter machen. Dreierhaken. Und dann legen wir schon mal los hier. Und hier machen wir das ähnlich. So. So. Und dann machen wir das dritte auch mal so. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich komplett nur mit Beulie angeln hier für den Abend und für die Nacht. Und wir werfen mal hier vorne aus. Ein wenig. Jawohl. Plonsch. Die Route 1. Die Route 2 machen wir dann hier so mittig. Auch so schön in der Nähe der Seerosen. Und die Route 3 machen wir dann da drüben hin. Zack. So. Auch mitten rein. Das heißt, ich habe jetzt hier einmal komplett quer rüber alles abgedeckt. Hier unten direkt unterm Baum habe ich den einen Köder platziert. Mittig an den Seerosen habe ich platziert. Und ganz rechts am Rand sind die Köder platziert. Warum? Einfach um ein breites Spektrum abzudecken. Wir gehen jetzt hier gerade auf Aal. Einen der wichtigsten Fische im Game. Gerade fürs Nachtangeln. In der Nacht ist es häufig deutlich ruhiger. An vielen Gewässern deutlich ruhiger. Und da empfiehlt es sich tatsächlich, wenn man in der Nacht wirklich hier effektiv dann mal auf Aal geht. Ich schaue nochmal eben schnell ins Questlog rein. Gibt es irgendetwas Interessantes gerade hier? Mal immer refreshen. Gibt es gerade nicht. Okay, ich habe immer noch ein Experience Quest oben drin. Also ein Erfahrungsquest. Da bekomme ich 261 Erfahrung, wenn ich Spiegelkarpfen fange. Das lassen wir jetzt einfach erstmal außer Acht. Also, wie ihr gerade gesehen habt, bin ich am Briesener See. Und normalerweise hat man an diesem Gewässer nicht den klassischen Aalköder. Der klassische Aalköder ist, wenn wir hier auf die Baits gehen, ist der Crawfish Tail. Also der Krebsschwanz. Und den bekommt man nur durch die Supply Quests. Quests. Rubrik Supply. Die ist bei mir gerade komplett leer. Und da gibt es dann so zwischendurch mal Krebsschwanz oder Rogen. Oder Köderfische oder Fischfetzen oder Muscheln. Also hochwertige Köder. Algen gibt es oder verschiedene Würmerarten und so. Oder eben dann auch diesen Krebsschwanz. Dieser Krebsschwanz, wenn ihr am Level 1 See seid, ruhig immer wieder diesen Krebsschwanz nehmen. Der ist schon wirklich gut als Köder. Kann man auch später immer noch gut verwenden. Jetzt hat sich heute im Livestream mehrfach die Meldung auch breit gemacht. Alter, der Boily funktioniert auch sehr gut auf dem Aal. Und zwar tatsächlich, wie gerade auch schon hier rausgeschmissen. Ich drücke mal V. Der Crab. Der Krebsboily. Geile Sache. Weil den kann man hier einfach kaufen. Und das habe ich auch schon getestet. Allerdings auf Zweierhaken. Und jetzt bin ich einfach mal davon ausgegangen, okay, wenn er auf dem Zweierhaken beißt, klappt das doch bestimmt auch auf dem Dreierhaken. Und vielleicht fange ich dann auf dem Dreierhaken noch einen viel größeren fetten Aal. Das wäre richtig geil. Vielleicht sogar mit der blauen Schrift. Also ein Large Aal. Das wäre richtig geil. Die bringen dann ordentlich, ordentlich XP und dann auch noch Silber ein. Im letzten Gewässer. Das letzte Gewässer habe ich ja verlassen mit, da haben wir es, mit diesem Setup hier. Ah, ist schon ein bisschen auseinandergepflückt gerade. Haben wir noch ein komplettes? Ne. Ah, genau. Die Bimmel fehlt zumindest überall. Also das war zuletzt das Setup vom Level 1 See. Da habe ich noch die ganze Zeit geangelt mit einer 8 Kilo Route, 6 Kilo Rolle, 5 Kilo Schnur und 4,5 Kilo Vorfach. Näheres dazu gibt es dann auch noch im ersten Video zum Release. Da könnt ihr es nochmal genauer betrachten, wie man das zusammenbaut und was das alles kostet. Und jetzt mittlerweile an diesem Gewässer, am zweiten Gewässer, habe ich mir ein neues Set zusammengestellt. Und zwar noch nicht das höchstmögliche für dieses Gewässer, sondern erstmal ein Set, was für dieses Gewässer ausreicht. Denn das höchstmögliche wäre von dem Silber her deutlich höher. Dieses Set kostet alles in allem ungefähr 330 Silber. Auch nicht so ganz wenig. Das höchstmögliche würde aber ein Vielfaches teurer sein. Weil das höchstmögliche, da kostet die Route schon 300, die Rolle schon 300 oder sogar mehr. Also da ist man in einem ganz anderen Level-Bereich, wenn nicht sogar in den Tausendern, wenn man die ganz teuren Sets nimmt. Also es gibt die Wahl zwischen, ich sag mal, sinnvoll ist ein 18-Kilo-Set oder halt das 12-Kilo-Set. Wie gesagt, ich habe mich hier fürs 12-Kilo-Set entschieden, weil es für die meisten Fische an diesem Gewässer ausreicht. Und für die meisten Fische im nächsten und übernächsten Gewässer tatsächlich ausreicht. Und deswegen bin ich hier jetzt mit, was bin ich kurz vor, ja halb neun schon durch, also 8,5 schon durch. Und habe hier dreimal das 12-Kilo-Set, 12-Kilo-Route, kostet 100 Silber, 12-Kilo-Rolle, 12-Kilo-Bremskraft, 6-Kilo-Power. Dazu gleich nochmal ein Trick, wie man die Power so ein bisschen aufstocken kann. Also 12-Kilo-Power, auch 100 Silber. Dann die Schnur, die grüne Schnur, das ist die teure Schnur, kostet 85 Silber. Warum diese? Weil die deutlich dünner ist und trotzdem 12-Kilo-Tragfähigkeit hat. Das heißt, mit dieser Schnur, das sehen wir direkt hier oben, mit dieser Schnur bekommen wir 100-Meter-Schnur auf diese Rolle drauf. Line-on-Spool, also wie viel von der Schnur ist auf der Spule drauf? 100 Meter haben wir hier, passt. Bei der Billigschnur passen, ich glaube, so ungefähr 40 Meter nur drauf. Ziemlich teuer ist dann natürlich auch wieder das Vorfach, das liegt so um die, na, was haben wir? Genau, 24, das ist das 11,4er Vorfach, kostet 24 Silber. Und ich habe mir jetzt zuletzt nochmal die 65-Gramm-Bleie geholt, damit man richtig weit auswerfen kann. Und dann auch immer richtig schön auch in diese tiefen Stellen trifft. Und ja, Haken habe ich mir dann auch noch geholt, die sind auch ein bisschen teurer, die kann man aber auch später nochmal holen. Zweierhaken würde ich mit anfangen, später dann die Dreierhaken vielleicht nochmal mit dazunehmen. So, das soweit zum Setup, das soweit zusammengebaut. 332 hatte ich jetzt gerade errechnet, wobei ich die Haken, die kauft man im Dreier-Set, die habe ich dann durch drei wieder geteilt. Für drei Routen. Das ganze Dreier-Set kostet 60 Silber. Und, ähm, deswegen hatte ich das einfach durch drei geteilt. Das heißt, dann habe ich den Haken mit 20 berechnet. Genau. Also, das ist das Set. Hier tut sich gerade nicht wirklich viel. Gucken wir nochmal eben durch. Wichtige Informationen, die so nirgendswo stehen. Auch hier nirgendswo stehen. Es gibt, ähm, ja, diese Tag- und Nachtwechsel. Tag- und Nachtwechsel sind Echtzeit jeweils eine Stunde. Eine Stunde Tag, eine Stunde Nacht. Das einfach nur so zur Information oder zur Planung. Wenn man sagt, nachts will ich nicht angeln, alles klar, dann geht man mal eben eine Stunde einkaufen oder weiß der Geier was. Kann sich nach einer Stunde Echtzeit wieder hinsetzen und weitermachen. Wie ihr gerade wollt oder Lust habt. Oder man ist halt irgendwie, ja, auf Aal aus. Aal lohnt sich. Geht ruhig auf Aal angeln. Äh, jetzt gucke ich gerade mal. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Äh, die Stunde, die hatte ich drin. Ähm, ah, genau, für den Belarus. Es kommt im Live-Chat immer wieder die Frage. Ähm, ich bin hier gerade am Belarus. Ich kann die Schnellreise gar nicht verwenden. Ja. Schnellreise am Belarus erst ab, äh, Level 3 war es. Das heißt, wenn man dann M drückt, hat man ja am Belarus, am ersten Gewässer, diese Points hier auch. Die aber, die sind ausgefüllt. Da ist halt dieser richtige, dieser richtige Knopf da irgendwie drin. Und da kann man eben draufdrücken und schnell hinreisen. An dem Gewässer gibt es das noch gar nicht. Also da kann man auch auf höhere Level warten. Das ist bisher nicht vorgesehen. Ob das noch reinkommt, werden wir sehen. Auch heute im Stream, ich weiß nicht wie oft, 5, 6 Mal gab es, ähm, wieder Disconnects. Neu gestartet, neu gestartet, neu gestartet, gepatcht und was nicht alles. Also, ähm, der Vitali baut an dem Game Tag für Tag, Abend für Abend, Nacht für Nacht weiter. Ähm, er ist da richtig fleißig mit zur Gange. Belarus hat man durch, genau. Ähm, Quests abbrechen. Richtig, auch noch so eine Sache. Ähm, wenn man Alt drückt, hat man ja die Maus frei. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, hör mal, das hier mit dem, äh, Spiegelkarpfen, das schmeckt mir nicht so. Ich brech das mal ab. Beziehungsweise, ich seh hier gerade, was ich noch viel eher abbreche. Ich war ja gerade am Belarus noch. Die olle Belarus-Quest. Weg damit. Zack. Jetzt sieht man's hier so ein bisschen schlecht, aber hier in dem Bereich sieht man so ein Okay. Sehr gut. Das wurde auch gepatcht. Ähm, zuletzt war es so, wenn man eine Quest abgebrochen hat, hatte man Black Screen und, äh, es wurde nicht wieder hell. Genau, das heißt, hier hat man jetzt die Quest abgebrochen. Escape. Und dann ist die Quest einfach raus. Und man kann dann... Ha! Auch wieder neue Quests annehmen. Und dann nehme ich doch an... Siehste, die hat mir das richtig blockiert jetzt gerade, die Quest. Ich glaube, ich nehme hier den... Genau, ich habe hier Spiegelkarpfen für XP drin. 5,6 Kilo. Und dann muss ich ja eh gleich auf Spiegelkarpfen angeln am Tag. Und dann gehe ich gleich einfach schön gleichzeitig auch hier auf diese Quest. Kassiere dann, nachdem ich vier Spiegelkarpfen gefangen habe, 78 Silber. Take it. Perfekt. So, jetzt habe ich zwei sehr gut zueinander passende Quests. Und dann werde ich am nächsten Tag hier schön auf Spiegelkarpfen gehen. So, hier kommt nochmal gerade im Chat kommt nochmal die Meldung. Karp. Die Quest angenommen. Wenn die Quest abgeschlossen wird, die wird automatisch abgeschlossen. Da muss man sich um nichts kümmern. Sobald man das Ziel erreicht hat, kommt auch im Chat wieder die Meldung. Gucken wir nochmal eben nach. Was haben wir denn noch? Ha! Jetzt hole ich mal eben eine Route rein, um das zu zeigen. Ich habe jetzt hier vorne... Machen wir mal Licht an. Hier ist jetzt die Route 1 hier links rüber ins Gestrüpp geschmissen. Und zwar genau mittig schön rein. So, jetzt gehen wir mal davon aus, ich habe jetzt hier einen fantastischen fetten Aal dran. Und den kurbel ich hier gerade schön rein. Und möchte genau an die gleiche Stelle die Route und den Köder wieder hinlegen. Dann drückt man die Taste T. Und er wirft da genau an die gleiche Stelle wieder hin. Taste T oder Maus, mittlere Maustaste, Mausrad. Zack und er wirft da hin. Ganz praktische Funktion. Super geil, super entspannt und lüppt. Sehr, sehr geiles Ding. Ähm, was haben wir noch? Die Boilies hatte ich. Allgemein, genau, sehe ich gerade noch hier fürs Karpfenangeln an diesem Gewässer. Ähm, die Boilies Strawberry, der Edbear Boilie und der Fruchtboilie funktionieren hier sehr gut. Also da habe ich ganz gute Ergebnisse mitgemacht. Und das sind diese roten Boilies. Bei den Boilies kam sofort die Frage auf, ja Alter, kann denn das sein? Da habe ich für fünf Boilies, das kostet 20 Silber, das ist ja Wucher. Bei den Boilies verhält es sich so, dass es Boxen sind. Und man packt, hier sieht man es gerade bei Strawberry, man packt diese Boxen quasi, man macht die auf und nutzt die langsam ab. Hier seht ihr diesen Abnutzungsbalken. Der nutzt sich Stück für Stück ab, bis die Box leer ist. Das heißt, man kauft nicht fünf Boilies, sondern man kauft fünf Boxen voll mit Boilies. Und das für 20 Silber, das ist ein wirklich fairer Kurs. Das nutzt sich ganz gut ab. Ähnlich hier bei diesen Gummifischen, hier sieht man dann auch Gummiwürmern. Hier sieht man auch diese Abnutzung. Das wird dann halt Stück für Stück immer weniger. Das, soweit nochmal zu den Boilies. Genau, das hatten wir, das hatten wir, das hatten wir auch. Ja, das waren glaube ich so die wichtigsten Points. Und da kommt gerade der Biss und da kommt gerade der Biss. Es bimmelt gerade und da kommt der Biss. Gucken wir mal, was da gerade dran geht. Wir haben den Krabbenboily dran, aber es ist eher ein Karpfen. Es ist ein schöner Karpfen. Das kann natürlich auch gerne passieren. Es ist kein Spiegelkarpfen, es ist ein ganz normaler Karp. Den nehmen wir so mit. Hatte ich ja auch im ersten Video schon gesagt. Wäre es jetzt ein fantastisch riesengroßer Spiegelkarpfen, würde ich den natürlich nicht in die Quest stopfen. Das heißt also, ich würde nicht einfach Space drücken, sondern wäre das jetzt ein Quest-Fisch, kommt hier in diesem Bereich nochmal ein Kasten. Und da ist dann die Option Without Quest. Ohne Quest annehmen. Und dann drückt man das quasi, da drückt man quasi, wenn es ein richtig großer ist, drücke ich immer Ohne Quest annehmen. Dann habe ich den im Kescher drin und da bimmelt es schon wieder. Jetzt, den kann ich einfach annehmen. Oh, ich hätte jetzt T drücken können, ne? Okay, das passt aber auch. Jetzt gehen wir nochmal schnell auf die 1. Ich hoffe ja jetzt hier auf dicke Aale. Das wäre so gut. Es wäre so gut. Wir haben 23 Uhr. Und was haben wir hier? Es ist der erste Aal. Es ist der erste Aal und er ist dick. Oh, Leute. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und komm ran hier. Oh mein Gott, ist der lang. Okay, geht. 2,8. Da hatte ich aber schon längere gesehen. Egal. 190 XP. Das ist schon gut. Jetzt drücke ich aber hier T. Zack. Und da ist er. Und da ist er. Ich glaube, ich nehme mal die hier. Die habe ich ja eh gerade so ein bisschen verrissen. Die schmeiße ich auch da oben hin. So. Ich will hier die dicken, fetten, blauen Aale. Das wäre richtig geil. So. Ja, dann waren wir heute im Livestream auch noch am Level 8er Gewässer. Das 8er Gewässer ist tatsächlich etwas schwierig zu beangeln. Der Dreamtrip hat zum Beispiel schon richtig dicken, fetten Sterlet geangelt. Respect, respect, respect. Geilen Sterlet rausgezogen. Ich glaube 12, irgendwas Kilo. Es ist aber wirklich ein schwieriges Angeln an dem Gewässer. Und das Gewässer ist wirklich prädestiniert fürs Spinnfischen. Also wenn ihr neben dem Grundangeln, wenn ihr euch da vielleicht nicht hochwertigeres Set holt, sondern einfach nur ein bisschen Kohle macht beim Grundangeln, die Hauptzeit aber dann mit dem Spinnfischen unterwegs seid, dann lohnt sich auf jeden Fall das Gewässer und, also das Achtergewässer und da dann die Popper. Diese blauen Popper, die gehen richtig gut ab, gerade auch für die Rapfen. Aber näheres dann dazu, wenn wir dann da auch nochmal ein bisschen angeln und da ein bisschen Spinnfischen machen. Ja, hier wie gesagt eine der wichtigen Stellen in diesem Bereich. Seht zu, dass ihr hier auch für die XP sehr viele Karpfen fangt, Forellen und wie gesagt die Aale. Und wenn ihr noch ein leichteres Setup habt, könnt ihr auf der Map, wie gesagt also das ist dieser Bereich hier einmal komplett, diese Area, für etwas, also ich sag mal für fast alles. Hier kann man richtig gut, hier fängt man fast alles in dem Bereich. Man kann hier an dieser kleinen Stelle auch sehr gut mit diesen drei Gummiwürmern einfach mal reinschmeißen. Hier fängt man auch ganz kunterbunt ganz viele Sachen. Auch hier werden regelmäßig Wälse wie gesagt gefangen oder ab und zu auch Aale. Und dann hier in dem Bereich, das ist auch nochmal so eine Area, wo man sehr gut kreuz und quer auch fängt. Also von Giebel, Karauschen, Kleinzeug, also das lohnt sich auch richtig. Erster Biss gegenüber vom Ufer. Gucken wir mal, was da dran geht. Ah, wir hatten ja noch was. Die kleine leichte Route. Wieso nehme ich die kleine leichte Route mit einer Zugkraft von nur 6 Kilo? Weil man die Zugkraft selber machen kann. Und der Fisch ist angelandet. Pretty simple. Ganz einfach. Das war's. 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 Vielen Dank.